Und jetzt muss personiert werden. Sie haben einen betonischen Erzählfakt drauf. Kommt die Suppe gleich raus? Kommt die Suppe gleich mit dem Lernenwind raus? Schrauben die Sprecher Und dann schrauben die Suppe. Also spiel sind das bei Sprecher und ein d sud von Schrauben. Die Suppe schrauben die Sprecher weh das noch. Wie hey, die Suppe, geht's. Die Suppe, geht's, geht's. Und das ist meine Suppe. So sieht er aus. Nach dem Einsatz muss der Toncher von der Baustelle natürlich gut gespielt werden. Guck mal!